UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Alice, wann soll die Dünner-Party-Invitations senden? Wir haben eine Einladung erhalten. Eine Einladung zum Silvesterwaldes Herzogs. Das Motto ist ALARUS im altrussischen Stil. Ja, darf ich vorstellen? Meine Tochter, Alisa. Ich glaube, eine Heirat wäre der beste Weg, Alisas Probleme zu bewältigen. Sie ist storisch und klug. Man kann sie nicht zwingen, man muss sie überzeugen. Ich glaube einfach nicht, dass von einer Milliarde Menschen auf diesem Planeten nur einer für dich bestimmt ist. Was ist eine Milliarde? Das war eine dumme Wette. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich kann nicht einfach so das Haus verlassen, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Ich zeige ihnen St. Petersburg, wie sie es noch nie gesehen haben. Haben wir jetzt eine geheime Verabredung? Verrate mir dein Geheimnis. Wer bist du? Du weißt nichts über mich. Du bist in einer großen Villa aufgewachsen. Und ich wurde unter einer Treppe geboren. Sagen. Ich habe etwas in deine Augen. Ich habe etwas in deine Augen. Und wir haben dich in deine Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020